jo leute was geht ab ich bin der great fireworks willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute habe ich für euch die explode super b das sind zwei schöne vögel ja wir haben hier einmal 10,4 gramm nemm sind nette vögel ich glaube ja muss man nicht viel zu sagen ich wünsche euch jetzt einfach viel spaß mit dem video und genießt die vögel so jetzt die super b von explode 2 vögel und damit jetzt mal viel spaß damit so zünden wir den ersten dann den zweiten viel spaß das war nummer eins und jetzt kommt nummer zwei machen die den abgang gibt ihm wieder einen daumen nach oben und haut rein bis zum nächsten mal macht's gut und tschau